Die iCloud überträgt Ihre Änderungen an einem Gerät sofort auf alle Ihre anderen Geräte. Laden Sie unterwegs eine App herunter, die zu Hause schon auf Sie wartet und einiges Zeug, das Sie nicht bestellt haben. Nehmen Sie auf dem Weg zur Arbeit Änderungen vor und sehen Sie sofort das Ergebnis. Nehmen Sie das auf und sehen Sie einiges mehr. Alles, was Sie auf Ihrem Telefon tun, hat Folgen für die Welt. Apple betreibt seine iCloud mit schmutzigem Strom. Sagen Sie Ihnen, Sie sollen sauberen Strom verwenden.